Let's start and spread the joy. Ich muss los, hab genau gar keine Zeit und meine Wasserflasche ist auch leer und ich bin superdurstig. Toll! Du meinst, ich kann's mir auffüllen gehen? Ich? Hallo, wer wohnt denn da? Na, wer wohnt denn da? Ich werde das jetzt sicher nicht machen. Tschüss mit Ü. Du meinst, ich kann mir's auffüllen? Nein, ich möchte jetzt echt keine Umstände mehr machen. Ich bin dann eher am Weg und das wird schon passen. Gut, okay, dankeschön. Ich darf mir das auffüllen gehen? Wirklich? Also, und ich mach auch sicher keine Umstände? Das wär super. Also ganz ehrlich? Okay. Ja, passt. Dann sag ich mir danke und dann füllen wir's jetzt gleich auf. Danke, voll super. Ich darf mir's auffüllen? Das ist super, dankeschön. Das ist toll. Na bitte, machen wir doch gleich. Ziel erreicht. Mit Freude, durch freudvolles Denken, zu freudvollem Handeln, für beide Seiten, höchstwahrscheinlich. Welche Möglichkeiten hast du, deine Schritte zu deinem Ziel in Freude zu gehen? Ich weiß, es gibt sie. Start. Das war's.